Hier spricht der Herrscher Cthulhu von Riley. Wir haben das Video von Vlad von Erik bekommen und haben herzlichst gelacht. Diesen Frevel konnten wir uns nicht gefallen lassen und haben sofort gehandelt, wie man hier sehen kann. Ich erwarte immer noch eine Antwort vom Vater des Tentakels und diesen Vlad von Erik werde ich durch die ganze Galaxis jagen und ihn zur Strecke bringen. Musik 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 Was ist hier los? Was ist passiert? Das Tentakel? Es hat was? Seid ihr hier alle unfähig oder was? Mann, Mann, Mann. Alles muss man selber machen. Unfähiges Gesindel. Das Tentakel? 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 Ja, processes Insipidels力? Das Tentakel?